Hallo, ich bin wieder bei Elomake hier und ich habe gerade übelst den Stress. Eieieieieiei! Oh ja, genau, ich schupple mich noch hier runter. Jetzt macht es sich gerade leichter hier. Jetzt hört doch mal das Ding auf. Hey, das gibt es doch nicht! Meine Fresse, was ist denn da los? Nein, verdammt! Es ist echt krass, was hier kommt! Jael, bleib im Licht! Jetzt sind doch mal die Hochleistungsscheiße da. Nein! 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 Eieieieieiei! Hat er ohne Scheiß, wie sollst du es erschaffen?! Woa, what the fuck, wie viele sind denn das noch?! Woa, alter, jetzt ging mir aber der Barsch auf Grundeis, ey! Hey, hoffentlich sind die jetzt weg, sonst hab ich verschissen! Boah, gut, ey! Will ich hier den ganzen Schmodderradach schon mal mitnehmen? Ja, genau! Ich hab hier nur geschwitzt, nicht du! Jetzt bin ich ja runtergefahren, das war ja natürlich wieder arschklar! Ich komm hier wieder hoch! Ey, ich fall natürlich wieder rein! Toastberry, lauf zu! Wir wissen, wie es lang geht! Siehst du, kein Grund zur Sorge! Dein Starschnitt ist wie neu! Und da, wo er sein sollte... Top-Aufsteller! Ja! Ja! Ja, macht ja auch einfach keinen Sinn! Das Ding aus dem Weg schaffen! So weit bin ich gekommen, bis sie mir aufgelauert haben! Lass uns fokussieren! Da oben blinkt irgendwas, da müssen wir bestimmt hin! Mal hier lang gucken! Hallo! Herzlich willkommen hier zum Leiterklettern! Gehen wir mal hoch hier! Kann man einfach so drüber rennen! Juhu! Ja! Ja! Ey, was soll denn das jetzt? Haben doch nicht immer irgendwas gedrückt! Ich liege immer richtig! Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang! Ja, dann nochmal auf ein neues! Ey, was ist denn das? Ey, er ist immer da, wenn ich ihn brauche! Das war eine tolle Show-Einlage! Ja, das war ziemlich gut! Willst du meine Barry Wheeler-Imitation sehen? Ne, will ich nicht! Na klar! Ich will jetzt einfach nur auf dieses verkacktes... Ja, genau! Jetzt hauen sie ja noch richtig auf die Kacke hier! Ich bin doch eben auch ganz normal da drüber gehüft! So! Jetzt nochmal hier! Da nochmal hüpfen! Und benutzen! Fertig aus! Zu offen! Uh! Na komm mal auf die Bude hier! Hallo! Großmutti! Ich bin gut im Geschäft! Warum hab ich noch nie von diesen Kältern gehört? Das ist doch nix! Und das von dir, der Ossi Osborn nur aus Reality-Shows kennt! Auf, das gibt's hier noch ein paar schöne Sachen! Hier, Thermosflaschen, wofür ich immer noch nicht weiß, für was die sind! Oh, hier drüben blitzt und da noch ein bisschen was! Das nehmen wir alles mal mit! Oh, Batterien sind voll oder was? Was ist der Scheiß? Ich wusste, dass da so viele Batterien kommen, da wär ich ein bisschen verschwenderischer damit umgegangen! Ich bin halt die ganze Zeit mit den Batterien, oder allgemein mit der Taschenlampe, extrem auf Sparflamme gewesen! Wo geht's dann letztlich weiter? Jetzt bestimmt wieder irgendwo, ne, hier müssen wir hoch! Oder? Geh ich einfach mal von aus! Oh, da leuchtet was, da rennen wir mal hin! Manuskriptzeit! Alles klar! Das Wikingerboot sah beeindruckend aus! Fast wie ein Rambock! Ja, dann drücken wir da den Knopf! Ja, freut sich Barry wieder! Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Oh, hier kann man lesen! Naja... Verladung... Erstmal nicht großartig weiter wichtig! Geh ich mal von aus! Oh, hier ist schon wieder so komische Schatten... Die Döns, ich glaub ich sollte mich beeilen! Hm, da kommt doch schon wieder was! Hey, hey, hey! Den haben wir ja gar nicht gesehen! Boah, hier ist ja auch noch einer! Boah, hier ist ja auch noch einer! Boah, am Arsch! Wo kommen die alle her? Ich hab jetzt vielleicht mit ein oder zwei Leuten gerechnet! Außer jetzt... Ne! Es sind jetzt noch so viele kommen! Brausamisch! Ich muss ja gleich schon mal die Leucht... äh... Leuchtfackel bereithalten hier! Hallo? Lass mich in Ruhe. Durchbackel. Ah. Nachladen. Nachladen. Weiß ja alle. Hier wurde eben auch noch einer, oder? Na! Du, du bist auch wachst, du. Ah, ey. Da kommt echt oft der Balken her. Ich muss den jetzt benutzen, aber hier im Fernseher. Oh, da kommt jetzt noch was. Wo ist er denn hin? Oh jetzt, wir sind nur mit der Speedy Gonzales. Oh. Komm los, komm her. Ein Stückchen noch. Oh. Palu. Oh, oh, oh. Palu. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Oh. Oh, hier. Das sieht stark nach unten aus. Ich mag Krack einen Bock drauf. Hallo. Gewitter. Ja ihr spinnt doch Alter dicker bleibt mal cool Oh ich konzentriere mich irgendwie immer viel zu sehr auf die Dicken Da ist ja auch noch einer Gehst du weg Und da anloaden Aber nur noch 3 Schüsse Wenn da jetzt nochmal so ein Schwung kommt Ich glaub dann hab ich verschissen Dann kommt mir das so nötig zu Splitzdings Auto Und fack weg Mal ein bisschen Munition hier oder so Da fühl ich mich sicherer Oh das ist Barry Hier war ich da eben schon oder? Nee Barry komm mal auf die Bude Hallo Ja ich verkaufe dieses Zeug online Na ja eine Fernsehshow an und bringe eine neue Single raus Ja bestimmt Sei vorsichtig Ich bin lieber ein bisschen Munition hier Munition Schaut finde ich voll Aber wenn die nicht nur 2 Schuss hätte ey Das ist so blöd Ich glaub ich ball die jetzt erstmal So vielleicht fühlen wir da noch ein bisschen Revolver Munition oder so Das ist so blöd Hallo Alles ok Alles klar Halt die Augen offen Ja Ja war noch ein bisschen Dunkel Hallo 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 Na guck mal da mal Oh hier eine Funke Jetzt nehmen wir auch nochmal mit Für die Taschenbampe Gehen wir mal Radio an Wie die regelmäßigen Zuhörer unter euch wissen Arbeite ich häufig mal die Nacht durch Aber da bin ich nicht der Ja weil nichts zu tun hast Nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Termin ferns frei Um sich hier zu mir zu gewinnen Zack 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 Und an Was sie ist äh nee Was sie Silo Tür für Barry wirft man Gehen wir doch hin Auf der anderen Feldseite sah ich das Gebäude Das das Haus der Andersons sein musste Es war nicht weit weg Ich mach mir keine Sorgen Jetzt müssen wir wieder mitten durch die Pampa Jetzt bestimmt wieder scharf Das wird sich nicht um ein paar Blendgranaten geben Vielleicht sind ja eh welche hier drin Servolver Munition Jagdwehr Munition Leuchtfackeln Schrotflitten Munition Und keine Blendgranaten Ich werd bekloppt Das geht doch nicht Aber es kommt nicht schon wieder Einen Brecker oder so Ja genau Jetzt drehen sie ja komplett am Rad Ja genau Ja genau Ja genau Ja genau Hehehe! Oioioi, da geht einer aber ein. Der krachte Arsch auf Rundeis hier. Hallo Erwin. Nein, tu es nicht. Schau mal, Schwein gehabt, ey. Oh hier. Bei Halla! Das soll ja mal eigentlich nicht reingehen, aber... Na ja. Komm mal auf! Okay, dann laufen wir mal weiter. ich kann mal hier das hütchen rein jetzt auch noch irgendwas was man mitnehmen können jetzt auch nicht mehr da muss es doch nur da weiter gehen oder oder hier hinten da bing nämlich auch irgendwas einfach mal da hin war das mit den drucken hier geht nicht mehr zu einfach rolle kann es doch nur hier in bahala weitergehen aber da ist ja eben silu-tour öffnen hier kann man nichts aufmachen komisch mal hier geht's ne Ne, vielleicht nimm mich durch. Das ist doch blöd. Hm. Also jetzt bin ich grad echt ein bisschen überfragt hier. Ist da auch nix drin? Jetzt muss ich ja... Weil ich hab jetzt schon ne Weile nicht mehr gespielt, weil bei mir... was dazwischen gekommen ist. Im Sinne hier das zur Belegung. Oder reingehen, springen, werfen... Was sind hier kriechen? Kriechen war da... Schiff, oder? Steht nichts weiter. Ist doch komisch. Also hier geht's auf jeden Fall nicht rein. Geht's denn hier weiter? Und dahinter gucken... Ah, hier geht's noch... Oder? Jo, das ist auf jeden Fall nicht leider. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Vorher gucken, dann meckern. Hallo! Oh, hier haben wir Schüssel gefunden. Geht's ja noch weiter. Geht's ja noch weiter. Hallo Barry! Auf die Bude. Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Ah! Wir haben aber kurz drangepufft, dass das offen... Ich glaube, da ist die Farm. Wir sind fast da! Diese Farm ist ein Sammelpunkt für durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Da ist das die Farm, oder geht's da unten weiter? Ich wüsste auch nicht. Es scheint ja richtig zu sein. Komm schon! Noch ein Tor! Wir schaffen das! Der ist doch offen! Oh, hier eine Kettensäge. Ah, die kann ich natürlich nicht mitnehmen. Was, Old? Gut! Noted. True. Deine Mutti ist die Wahrheit! Das ist ja vielleicht noch irgendwas Schönes, was wir mitnehmen können. Mal schnell drum herum rennen, bevor wir da reingehen. Ja, auf die Schnelle sieht es nicht so aus. Nja. Oh, jetzt kommen wir nämlich so aus der Buße. Würdest du öfters mal joggen gehen, hältst du das Problem nicht. Na, gucken wir mal da rein, hier. Die Sicherungen sind meist eigentlich immer Keller. Wo ist der Keller? Wo ist der Keller? Wo der fuck ist der Keller? Och, Barry! Steh nicht im Weg rum. Das waren Statuen auch. Und die stehen trotzdem nur im Weg rum. Okay, das sieht aus dem Keller. Nee. Das ist ein Toi Toi. Ich weiß nicht. Haben die die Sicherungen oben, oder was? Geht doch mal weg hier! Oh, meine Fresse! Zu! Und auch zu! Komm, Al! Machen wir die Lichter an, ja? Ja! Ja! Das ist doch schon die verkackten Sicherungs... Warum ist der hier oben? Normalerweise ist sowas im Keller. Hast du dir gedacht, ich habe was übersehen? Ach! Erzähl! Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Deshalb sind wir hier. Lady des Lichts? Oh, das muss diese verrückte Lampenlady aus der Stadt sein. Wie hieß sie gleich? Cynthia Weaver. Genau! Bestimmt! Die Schaltblatt reparieren. Erstmal finden das Ding. Ach, hier. Da haben wir sie. Machen wir erstmal Schluss hier. Machen wir wieder einen Folgenstopp, bevor es wieder zu lang wird. Ich hoffe, ihr guckt wieder rein zur nächsten Folge bei Alienwake und Laokrazock. Also, machts gut noch wieder. Bye, bye!